Hallo, euer Weinkiebler mit recht herzlich willkommen auf unserem Rosting-Kanal zum kleinen Fnappen-Game und willkommen Lightman Fredbear's Darkness. Vorab natürlich noch ganz herzlichen Dank an unsere Unterstützer, ohne dass hier alles nicht machbar zu realisieren wäre. Vielen vielen Dank Freunde für eure wahnsinnige Hilfe. Dankeschön, vielen vielen Dank. Ah, ich bin wirklich wunderschön, dass wir da haben alle New Games. New Games. Nightman Fredbear. Darkness. Don't collide. Loading, please hold the light. Dududu-Dudu-Du-D Na es wird Spaß hier... ...introduction Walk ...look around girl Ge Ghost Team Game Over 恐se Er läuft keinen Meter. Er läuft keinen Meter und sagt mir was von Walk. Ah, wir laufen. Wir kommen dem Ziel immer näher. Hat er gedacht diesmal nicht. Alles nichts Neues. Er kommt nicht. Noch kommt keiner. Alles ruhig. Alles ruhig. Kommt einer. Er kommt näher. Das sind diese Art Spiele, die ich absolut nicht mag. Mit diesem Laufen. Hören. Anhalten. Weiter laufen. Sich langsam dem Ziel nähern. Jesus. Habt ihr gehört wie knapp das war. Warte mal. Man sieht die nicht. Man hört nur die Steps. Wenn man genau hinhört. ZONE COMPLETE. ZONE COMPLETE. Extra? Resume game. Sag bloß, das war jetzt alles. Ist das ne Demo? ZONE 1. T scenes. Halt mal! Halt mal! Der Weg wird da veröffentlichen. Der Weg geht weiter. vid. Was ist das? Er kommt ja von rechts. Was brauche ich einen Monitor? Man muss die Luft anhalten. Er ist weg. Der Monitor. Das ist jetzt alles. Mich juckt's. Mich juckt gleich. Kommt noch keiner. Man hört ihn ja. Ein mysteriöses Spiegelchen haben wir dann. Aber im Moment kommt wirklich. Nur eins ist noch rausgekommen. Full version. Das ich auf jeden Fall live spielen werde. Ich muss den Atem anhalten und dann blinkt es mal auf. Irgendwann ist es mal hier rum. Rum ist lustig. Er ist weg. So ist er gar nicht mal so verkehrt. Auf jeden Fall was eigenes. Aber halt jetzt dieser blöde weiße Punkt, der stört halt schon extrem. Er kommt immer näher. Die zwei. Sprungs. Er ist weg. Wie lange es halt noch geht. Keine Ahnung. Er verschwindet. Er verschwindet. Doch er verschwindet. Ähh. Luft anhalten. Weg jetzt. Die. Come on. Catch me if you can. Ah! Ah! Rossi! Rossi hier. Spezialeinsatz. Helme macht mich verrückt. Leute das macht mich verrückt. Das macht mich verrückt. Das stellt aber nah. Kommen wir nicht zu nah. Komm wir nicht zu nah. Ich komme mir nicht zu nahe. Wie lange noch? Oh, when is the night over? Den Mulder kann man weglassen. Da taugt eh nichts, weil der Schau der Borda hier. Wie mein Brain. Es tut sich nichts, wenn es nicht bald die Nacht rumgeht. Also ich weiß ja nicht, ob ich dann noch eine Nacht weiterspiele. Also das stellen wir mal dahin. Und das mag mal dahingestellt sein. Oder wie man da sagt, ich weiß nicht. Horst, Horst das Hähnchen. Kennt ihr Horst das Hähnchen? Angelehnt an Karl der Käfer. Es gibt so ein Lied aus den 80ern. Karl der Käfer wurde nicht gefragt. Er wurde einfach fortgejagt. Und dann gibt es noch eine Abwandlung. Horst das Hähnchen wurde nicht gefragt. Es wurde einfach umgebracht. Horst das Hähnchen. Daher kommt Horst das Hähnchen. Also wenn ich jetzt Horst das Hähnchen sage. Alles 80er Jahre Erinnerungen. Memories, Freunde, Memories. Ja, wenn du Horst die FNAF spielst, dann lernt er doch was aus meiner Vergangenheit. Ein bisschen was über mich erfahren. Ist immer interessant, mir zuzuschauen. Ja, Leute, wie lang noch? How long is the night? Nee, Alter, komm, Leute. Oh, let me go, let me go. No, 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 no. Ich komm ja vorher wieder in die Spielhalle, oder was? Oh, no. Really? Leute, ich verzweifle jetzt gleich. Das gibt's doch nicht, oder? Wenn jetzt nicht gleich die Nacht rumgestanden, dann rasch dich aus hier. Baby. Rossi Slideshow. Also es haut mich ehrlich gesagt nicht so vom Hocker. Und das kann schon einem nerven, oder? Du, 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 du. Spielkind. Rossi ist Spielkind. Aber das wüsste ja. Wenn ich wüsste, was hier mit dem blöden Monitor... ...Monitor machen soll. M für Monitor. Warum? 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 Leute, really? Es nimmt kein Ende. Es hört nicht auf. Die Nacht geht nicht. The night goes not over. I don't know. Wir hatten einen Monitor. Wir mussten in den Monitor gucken. Man muss in den Monitor gucken, bis der Bildschirm rot wird. No. No way. Nee. Habt ihr gesehen? Unten ist er weiter rot geworden. Man muss auf den Monitor gucken. Dafür hat man ihn. No. So. Das ist... Freunde, das war Nightmare and Fredbear Darkness. Wenn ihr wollt, könnt ihr es gerne selber runterladen. Aber dieses... Es sagt mir absolut nichts zu. Es ist einfach dann doch zu wenig, um mir zu gefallen. Wir bedanken uns bei euch fürs Zusehen. Würden uns freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet auf unserem Roste-Kanal. Bitte bewehrt euch das Video. Schreibt es in die Kommentare. Aktiviert die Glocke. Und falls ihr noch kein Abo habt, einfach aufs Köpfe drücken. Press the hit button to subscribe. Ansonsten genießt das Leben. Habt Spaß. Übertreibt es aber nicht. Passt auf euch auf. Und bleibt es vor allem Glück. Wir sagen tschöne mit den Ölfingerliger Roste. Euer Sam Teddy in der Mitte. Der Rest der Afelbande und der Roste. Alle sagen natürlich. Thank you and goodbye. Good night. Ciao. Ciao.